Und ich würde sagen, damit ist es jetzt Zeit, dass wir zu unserem ersten Gast kommen, zu unserem ersten Act. Und ich habe mich gefragt, während so einer Corona-Zwangspause, was macht dann ein Musiker? Also entweder er hat das Glück und kann im Autokino spielen, er nimmt ein neues Album auf oder er streamt halt einfach. Francis hat sich jeden Sonntag vor die Kamera gestellt, hat an seiner Geige oder am Klavier für seine Community gespielt. Er ist mit zehn Jahren von Kiel nach Mönchengladbach gekommen. Man kann sagen, seitdem hat er unsere Kulturszene in Mönchengladbach wirklich bereichert. Er ist international, national unterwegs und heute ist er für uns hier und spielt für uns. Wir freuen uns auf Francis Norman. Kiel nach Mönchengladbach 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.